Kommen Sie, Marcel? Kommst du? Ja. Ich habe die Schraube. Servus Dx-Line So, hier geht's dann weiter Händestein fällt Keiner Sprung Kurve Keine Speed Egal, weiter geht's Hier musst du echt langsam sein So, dann geht's hier weiter Oh, hier brauchst du Speed, den ich nicht habe Egal Kurve sind echt glatt Muss mal aufpassen So, jetzt rollen Konterdropel Abziehen Jo So So sollte der das nicht machen Egal Boah Alla Jo So Jetzt kommt eigentlich nur so So geradeaus so ein Zielweg Oh, guck, ob ich diese Aussicht an So, jetzt geht's weiter hier Hier kommt noch ein kleiner Sprung Der braucht nicht viel Speed Jo So Jetzt geht's hier wieder ein bisschen Gerade weiter Bisschen wieder Runder So Dann geht's dann hier rein So So Jetzt geht's In den Wald rein Bisschen abbremsen Heel Das war's. Der Sprung. Weiter geht's. Sprung wieder. Oh, hier bin ich der falsche Line gefahren, wollte ich sagen. Da geht's gleich weiter, es war eine kurze Pause, dann geht's weiter. Oh, da geht's hier in den Wald wieder rein. Oh. 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 Schlimm. So. Oh. So, treten, treten, treten. Ich habe immer auf falschen Gang. Egal. Warte geht's. Hier auf, ja. So. So. Geh wieder. Gerade Strecke. Ausschütteln. Hände. Oh, die Hände ey. Oh. 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 So, dann geht's jetzt hier gleich hoch. Einmal bisschen treten. Oh. Und. und das war die x-line bis zur mittelstation und ja ich kann nicht mehr